Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Maus im Bild. Let's play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Äh, ach ja, Geist-Pokémon könnt ihr über Wände schweben. Okay, ja. Wir waren in dem Dungeon stehen geblieben. Ich hab nachgeguckt. Sind wir nicht letztens im Part Level 25 gekommen? Hä? Warte. Ich bin verwirrt. Egal. Ähm, ja. Ich hab nachgeguckt, welches Level man haben sollte, wenn man in diesen Dungeon hier kommt. Und es ist am besten, also wird jedenfalls vorgeschlagen, am besten ist 35, mindestens. Und wir sind einfach mal 10 Level unter dem Mindestlevel, das vorgeschlagen wird. Und, ja, ähm, ne? Ist super. Oh, ich muss noch kurz was nachgucken. Äh, scheiße. Okay, ist noch. Okay, gut. Gut, gut, gut. Alles fresh. Alles okay. Ja, ähm, ne? Ist ein bisschen kacke. Ich hoffe, wir kommen hier trotzdem ganz gut durch. Und ich hoffe, wir finden irgendwie wirklich noch einen Eisstrahl oder sowas. Au. Okay, gut. Hey, Altaria. Also, Altaria als Teampartner wäre auch ganz geil, oder? Was meint ihr? Schon. Ja, doch, ich würde schon sagen. Feuerwirbel. Dein Ernst? Schlägt fehl? Wow. Okay. Was? Noch nicht besiegt? Jetzt aber, komm. Ja, nice. Schön. Ach, komm, Zwirlicht. Feuerlicht. Feuer. Was ist denn mit dir? Lol. Ähm, danke. Okay, Verfolgung macht uns keinen Damage. Ho. Mann. Okay, ich finde es ja an sich gar nicht mehr so schlecht, dass hier so viele Gegner sind, ne? Können wir ein bisschen leveln. Aber. Ist auch ein bisschen nervig. Ein wenig vielleicht. Ein wenig. Und der Dungeon hat 26 Ebenen. Äh, das heißt, auf Ebene 25 werden wir nochmal nur noch gegen Pokémon kämpfen, bis unsere AP komplett leer sind. Und die letzte Ebene hat noch, äh, beziehungsweise nach dem Speicherpunkt, ähm, müssen wir nochmal 8 Ebenen gehen. Bevor wir dann weiterkommen. Weiterkommen. Das ist so eine schlimme Attacke für uns. Wow. Ja. Auch nicht so wie der Hagel. Muss das so sein? Muss das so sein? Ist das deine Ernte? Es kann doch nicht wachsteigen. Dim, 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 dim. Okay. Okay, eine TM. Eine TM. Na? Psycho-Kin... Psycho-Kinese. Oh mein Gott. Zippy kann es... Oh mein Gott, ja. Zippy, Lern-Psycho-Kinese. Bitte, Lern es. Ach ja. Ich sollte doch vielleicht mal wieder, ähm, die Attacken anmachen. Das ist mir gerade aufgefallen. Und ein Azur-Gummi. Wer ist dran nochmal mit Dings? IQ prüfen. Eins, zwei. Eins, zwei geht runter. Okay. Dracki kann... Wie so aussieht auch eins... Ja, zwei runter noch. Und Zippy kann... Einen runter. Okay, dann ist Zippy dran. Mit... Gummis bekommen. Äh, werfen. Nimm mich doch in den Mund. Okay, und noch einmal. Werfen. Danke. Jut, 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 jut. Äh, ich hoffe, es geht hier noch weiter. Ja, geht es gut, okay. Ich hasse Hagel. Es ist immer so nervig, dass diese Animation dann immer kommt. Es ist so nervig. Aber naja... Was soll's. Können wir nicht ändern. Schade, ich hab jetzt erwartet, dass... Dracki vielleicht einen Flammenwurf einsetzt. Aber leider nicht. Leider nicht. Dün, 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 dün... Was ist hier? Ein Goldband. Oh, das Goldband will ich haben. Das gibt so schön viel... Ähm... Dings. So schön viel Geld. Wenn wir hier einen Kegleon-Laden finden. Oh! Mmh! Das wär... Oh! Das wär so richtig schnucklig, Alter. So richtig, richtig schnucklig. Und es wird gleich ein verdammt harter Kampf gegen Raikwazamon. Ein verdammt harter Kampf. Noch einer zu Gummi, wie es aussieht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann den angreifen, genau. Mach doch keinen normalen Angriff. Ja, das Problem ist... Zwicklob hat halt die Fähigkeit, dass er unsere AP dann um 2 verringert. Das ist halt ein bisschen doof. Aber egal. Egal. Und... Mann, warum geht denn so viel daneben bei uns? Was ist denn hier? Los. Mensch. Okay, Azugummi auf Zippy werfen. Nice. Treppe und Silberdornen. Eisendorn wär... Äh, Gladen. Gerade ein bisschen mehr vom Vorteil. Ich hab eher gehofft, dass wir davon so ein paar hier finden würden. Aber okay, wie es aussieht, nicht so. Wirklich. Wat soll's. Wat soll's. E20. Silberdornen. Eisendornen. Setz ruckzuck, gib ein. Oh Gott. Zippy, geh weg da. Danke. Komm her. Komm her. Hör auf, mich damit anzugreifen. Komm her. Wie viel hast du von den Dingern? Mann, was ist denn mit dir? Wie viel hat der Spaß denn von diesem Scheiß? Alter. Ist nicht dein Ernst. Danke. Meine Güte. Jetzt geh weg. Du auch. Warum treffen so viele von unseren Attacken nicht? Das ist total abgefuckt. Ich mein, von Sibir und so trifft ja alles, aber so von, oder öfter. Aber so von uns? Verfehlt ziemlich viel, muss ich sagen. Und das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. benötigen. Geht nicht anders. Was ist denn mit dir? Okay, Level 26 für Draki. Okay, schön. Schon mal etwas. Wo kommt der denn her? Den will ich noch bekämpfen. Erfahrungspunkte und so. 300 ist schon einiges. Und mich wundert es echt, dass Sippy so wenig Level aufsteigt. Das ist unglaublich. Wieso geht dann alles von uns daneben? Ist nicht dein Ernst? Ist nicht dein Ernst? Okay, also so langsam bin ich abgefuckt. Von diesem Spiel. Gerade. So ein bisschen. Jetzt geh weg. Jetzt geh weg. Mann! Überlebt doch nicht so viel. Ja, Sippy ist halt mega lowlife jetzt. Das ist ein bisschen problematisch. Aber zur Not muss er halt leider... Ich will halt nicht alle Dings, ähm... ausgeben. Alle Sinelbeeren. Die brauchen wir auch noch. Das ist halt ein bisschen problematisch. Zur Not haben wir halt einfach einen Belebersarm weniger. Ha, was? Okay. Ist unsere letzte Sinelbeere. Schön. Und Sippy dürfte gleich besiegt sein. Ja, natürlich. Oh, was ist denn hier los, ey? Ja, wir sind wirklich einfach total unterlevelt. Wir sind wirklich total unterlevelt. Das ist sehr, sehr, sehr problematisch. Wenn wir sogar an diesem Pokémon hier scheitern. Wir sollen halt gegen Rayquaza werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh, Mann. Sonne. Schön. Draki macht jetzt mehr Damage. Mit Geloot und Flammenwurf. Linkbox müssen wir jetzt nicht unbedingt aufheben. Okay, gut. Zum Glück hat Draki eine Rauchwolke eingesetzt. Alter! Und Level 26. Wir sind schon mal zwei Level gestiegen. Innerhalb von ein paar mehr Ebenen. Aber okay. Aber okay. Okay. Hoi, hoi, hoi. Wir können gleich nicht fighten. Wir können gleich definitiv nicht fighten. Also nicht noch weiter leveln. Sagen wir so. Geh weg jetzt. Guck mal. Eben ist sogar unser... Was ist denn mit dir? Eben ist sogar unser Eisendorn daneben gegangen. Und wir verfehlen einfach mit allem. Mit allem. Mit allem verfehlen wir. Was ist das? Eisendorn. 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 Noch ein Eisendorn. So. Und zack. Wir haben nur noch Verzweifler. Okay, wir können definitiv nicht fighten. Müssen wir noch eine Ebene? Nein, wir sind auf Speicherebene angekommen. Holy Moly, Alter. Das wird gleich ein harter Kampf gegen Rai Quaza. Das wird gleich ein harter Kampf gegen ihn. Vor allem müssen wir diese acht Ebenen hier ja auch noch überleben, ne? Das kann genauso schlimm werden. Scheiße. Ein Leepomentas. Mach ich so. Weil Dracis Glut eigentlich erhöht wurde. Glut Damage und so. Aber darauf war da wie es aussieht kein Bock. Und er ist Level 17 gekommen und er lernt eine neue Attacke. Lichtschild. Toll. Ich bin begeistert. Ich bin sehr, 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 sehr begeistert. Hust, hust, hust. Noch ein Leepomentas. Ey, ist das dein Ernst? Gut, dass wir Durchbruch einfach gegen Rai Quaza nicht brauchen werden. Oh Gott. Was? Warum machen wir kein Damage an ihm? Warum? Also, ich meine, Sippy, du stehst hinter mir. Du könntest easy. Aber locker easy. Einfach mal einen Ruckzuck einsetzen. Och Mensch, Leute. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Also, wenn wir sterben, werde ich definitiv zurück zum Speicherpunkt gehen. Geh nicht hier lang. Nein, Bruder Lander? Danke. Ähm. Denn ich will unsere Items nicht verlieren. Vor allem nicht unser Poker, Alter. Ich meine, wir haben 3600 Poker gesammelt. Das ist schon einiges und das können wir auch gut gebrauchen später. Wo ist der denn? Hier bitte. Danke, Treppe. Wir sind jetzt auf der zweiten Ebene schon einmal gestorben. Das ist total abgefuckt. Shit. Wow. Es geht definitiv zu viel daneben. Unsere Genauigkeit ist einfach viel zu niedrig. Warum auch immer. Das ist ein bisschen scheiße. Aber gut, was sollen wir? Äh, was sollen wir dagegen machen? Können wir nicht machen. Ist halt leider so. Aber wir kommen ja momentan ganz gut durch hier. Wir kommen hier gerade ganz gut durch. Leveln wir halt jetzt unnötig. Weil wir sonst Top-Alexi und so verschwenden würden. Und wo was heißt verschwenden? Aber es könnte halt problematisch sein, wenn wir gegen Raikwasa fighten und jetzt zum Beispiel Draki keinen Flammenwurf oder so mehr hat. Das ist nicht dein Ernst! Wie viel KP haben diese Kackviecher denn? Mann. Ich bin am verzweifeln. Wow. Ich muss Blubber einsetzen. Und nicht mal dieser Blubber funktioniert. Jetzt geh... Danke. Okay. Treppe. Schön. Zwei Belebersamen sind weg. Zwei Belebersamen sind weg. Also insgesamt jetzt schon drei glaube ich, ne? Wir haben noch drei Belebersamen. Wow. Ich bin... Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das wird niemals was gegen den... äh, gegen Raikwasa. Nie fucking malz. Okay. Er hat eine gute Rauchwolke eingesetzt. Das ist schön. Ruckzucki. Komm, den besiegt ihr jetzt. Könnt ihr den jetzt mal besiegen? Ist nicht euer Ernst, ey. Danke. Okay, dann schon mal vorbereiten. Ähm... Ruckzucki kannst du weglassen. Flammenwurfen, Glut werden super. Wohl Glut kannst du, glaube ich, obwohl... Nein, lass mal. Äh, mach mal. Das kann weg und... Ja, den Rest lassen wir. Yo. Oh. Wow. Eine Ebene müssen wir noch. Oh, nicht dein Ernst. Ich hab so null Bock auf Lepomentas, man. Genauigkeit sinkt bei uns. Das ist ein bisschen problematisch. Wir sind eh schon ziemlich im Arsch, was die Genauigkeit angeht. Wop. Schal, okay. Och, nee. Bitte, Draki. Rauchwolke ist okay. Rauchwolke ist okay. Okay. Mach ne Glut, Mann. War irgendwie sowas in der Art. Okay. Okay, nice. Danke. Jetzt hast du ne Glut gemacht. Das ist schön. Freut mich für dich. Ähm... Ja. Wir müssen Blubber fixieren. Durchbruch ist nämlich schon weg. Wow, Draki ist tot, oder? Ja. Schön. Zwei Belebersam haben wir noch. Ist ne super Sache. Ist ne super Sache. Mein Blubber ist auch gleich leer. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, Leute. Das wird nichts. Ich hätte auch vorher mich heilen sollen. Ist dies, äh... Ist dies die oberste Ebene? Ja, ich glaub schon, du. Wer da... Wer wagt, meinen Luftraum zu durchqueren? Ähm... Wir? Diese Stimme. Könnte das Rekwaza sein? Ja, ich denk schon. In der Tat. Das bin ich. Der Himmel ist mein Reich. Verschwindet von hier sofort. Aber wir haben keine Zeit für Diskussionen. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Niemals. Warum nicht? Ich bin ein Wesen des Himmels. Ihr dagegen seid nur Erdenkriecher. Jedem ist seine eigene Welt gegeben. In über 100 Millionen Jahren habe ich niemals den Erdboden berührt. Bist du nicht einsam hier oben? Und umgekehrt soll es genauso sein. Keine Gnade denen, die sich den Naturgesetzen nicht beugen. Dies ist euer Ende. Schön. 12 Damage. Wow. 13 Damage. Okay. Mit Blubber habe ich jedenfalls auch die Chance irgendwie sein Tempo zu senken. Setz eine Rauchwolke ein, Draki. Meine Güte. Was ist denn daran so schwer? WTF. Wieso setzt Draki nur normale Attacken ein? Kannst du mir das mal erklären? Was ist denn mit dir? Falsch. Eine Glut ist gerade nicht so erwünscht. Danke. Rauchwolke. Genau das habe ich gebraucht. Danke, Draki. Nein, 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 nein. Oh Gott. Kann nicht mehr eingesetzt werden. Schön. Danke, Draki. Nice. Rauchwolke. Er ist paralysiert. Oh mein Gott. Das ist super. Wieso schlägt dann alles viel? Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Ei, 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 ei. Okay. Vielleicht hätten wir Sippy einfach nicht mitnehmen sollen. Sippy ist ein großer Fehler gewesen, glaube ich. Ja, Sippy war ein Riesenfehler. Oh, warte. Wir können weiter machen. Wir können weiter fighten. Wir können weiter fighten. Als ob wir es geschafft. Oh mein Gott. Orgasmus. Heute gibt es eine Folge in Überlänge, Alter. W-w-w-was ist ein Erdbeben? Das ist einfach unmöglich. Wir sind doch schließlich über in den Wolken. Wir sind Schockwellen. Und sie sind gigantisch. Aber Leute, nein. Wir beenden hier den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Bei der nächsten Folge. Die die letzte sein wird. Wird. Was die Hauptstory angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Abo da lassen. Und dieses Video bewerten. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.